Sicher? Ne, Dauerkarte nicht, aber ich hab hier die Unterschrift von Uwe Seeler auf meiner Mitgliedskarte drauf. Wie toll! Und wenn du da bist, wo guckst du denn da? Wortkunde. Das ist ein sehr lasciver, geiler Groove, find ich. Die Stimmung flirrt. Wir beide sind ein liebes Paar. Das mit uns ist wunderbar. Ja, ich wusste es von Anfang an, du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Ich hab dich lieb, das weißt du genau, du bist echt ne klasse Frau. Aber eins find ich nicht so toll, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Du willst immer nur ficken, immer nur ficken mit mir. Man kann doch auch mal einfach reden, das kann einem auch ne Menge geben. Wir können doch auch mal zärtlich sein, du streichelst mich und ich schlag ein. Dann machen wir es uns gemütlich, ich hab noch etwas Popcorn übrig. Ach, unsere Liebe wäre wunderschön, doch du musst immer gleich aufs Ganze gehen. Ich will immer nur, immer nur, immer nur ficken, immer nur ficken mit dir. Ich will immer nur ficken, immer nur ficken mit dir. Wir können doch auch einfach mal ein bisschen reden, sich unterhalten, mal bis halb eins fernsehen, aber immer dieses ficken, 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 ficken. Ich will mich nur, Frau Müller, was willst du? Was will Frau Müller? Ich glaube, es haben jetzt alle gefickt, wir können aufhören. Hat sich ausgefickt.